Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. IGN ist ja derzeit dabei, immer wieder neue Inhalte für Call of Duty AW vorzustellen, also Inhalte, die wir so noch nicht gesehen haben, und damit haben sie heute auch weitergemacht. Da wurde das erste Kill Confirmed Gameplay von Call of Duty AW veröffentlicht. Im Hintergrund seht ihr da so ein bisschen Ausschnitte, das ganze Gameplay ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, das heißt, schaut auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr das ganze Gameplay sehen wollt. Und ja, Kill Confirmed halt, das heißt, viel Neues gibt's nicht, das heißt, die Regeln sind relativ gleich geblieben, was ich auch gut finde, wäre irgendwie ein bisschen komisch, jetzt die ganzen Regeln umzuschmeißen, nur um dann zu sagen, ja Leute, wir haben hier einen ganz anderen Kill Confirmed Modus. Im Detail sieht es so aus, dass man hier 10 Minuten lang spielt, letztendlich 65 Marken einsammeln muss, um zu gewinnen, und die Punkte sind so verteilt, dass man pro Kill 50 Punkte bekommt, und pro eingesammelte Marke auch 50 Punkte, und da ist es dann auch ganz egal, ob man selber den Kill gemacht hat, oder ob das ein Teammate war. Das heißt, relativ normale Regeln, aber wie gesagt, ich finde das auch nicht verkehrt. Ich bin mal gespannt, wie Kill Confirmed letztendlich wird. Das wird vielleicht so ein bisschen anders, kann ich mir vorstellen, denn die Marken sind jetzt natürlich noch ein bisschen mehr auf der Map verstreut. Das heißt, dadurch, dass man auch auf die Dächer kann, und dass man eben so ein bisschen hin und her jumpen und boosten kann, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass dieses Einsammeln so ein kleines bisschen schwerer wird, und dass man eben so ein bisschen mehr unterwegs sein muss, um die Marken einzusammeln, und dass man sich vielleicht auch so ein bisschen mehr in Gefahr begeben muss, aber das klingt, finde ich, eigentlich ganz spannend. Das heißt, das könnte mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Mich würde mal interessieren, ob ihr gerne Kill Confirmed gespielt habt. Ist das ein Modus, den ihr gut findet? Denn Kill Confirmed ist natürlich an sich nichts Neues. Call of Duty hatte Kill Confirmed jetzt schon länger, und habt ihr da gerne Kill Confirmed gespielt, oder hat euch der Modus nie so wirklich gereizt? Ich persönlich muss sagen, ich habe ihn schon ganz gerne gespielt, habe aber letztendlich eigentlich zum Beispiel Team Deathmatch noch lieber gespielt, oder Herrschaft. Das sind dann irgendwie Modi, die mir doch noch so ein bisschen besser gefallen. Ansonsten war es das jetzt auch wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, und falls ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen Call of Duty TV sein wollt, dann lasst auch ein Abo da, denn in den nächsten Tagen gibt es auf jeden Fall weitere Informationen zu Call of Duty TV. IGN ist immer noch dabei, weitere Informationen zu veröffentlichen, und das Beste ist eigentlich, in diesem Monat gibt es auch noch den Koop-Modus-Reveal, das heißt, wir bekommen in diesem Monat wahrscheinlich noch einen Trailer, oder irgendwie was anderes, vielleicht auch gleich ein ganzes Gameplay, ich bin mal sehr gespannt, aber da wird auf jeden Fall was kommen. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt, was sich Sledgehammer Games da einfallen lassen hat, denn ich denke, die werden auf jeden Fall was ganz Nettes gezaubert haben. Soviel jetzt dazu, macht's gut, bis zum nächsten Mal.